hallo und willkommen zu einer neuen folge fortnet mit mir der new crafter a.k.a. max a.k.a. neues update heute kam ein neues update gelauncht um hier ist eine neue skin zeige ich gleich noch mal und jetzt gucken wir mal ob es irgendwas neues gibt soweit wie ich weiß gibt es die super stile das sind die hier oh mein gott die sind gefallen mir guckt euch die mal an jetzt hier die laden nicht richtig hier mit so leoparden muss das passt richtig nice season ist auch bei anderen skins mit drauf richtig nice dann gibt es hier so glaube ich grün ist das ja auch mal mit leoparden mustern hier leoparden muster auch mega nice bunt bisschen und dann gibt es glaube ich noch ja hier blau also blau gold sagen müssen wir so auch mega nice gefällt mir das sind die super stile die man jetzt freischalten kann und sonst gibt es jetzt irgendwas neues im item shop ich glaube nicht leute ich glaube das kommen erst die tage raus wie gesagt die kooperation kommt noch dann kommt nächste woche das nächste update mit den 14 tage sommer das hat sich eigentlich nicht viel geändert glaube ich auf außer aufträge sind neu glaube ich oder erst 15 uhr ja erst 15 uhr heute leute könnt ihr dann die neue aufgaben spielen das ja erst nicht hier aber hier schnappschüsse die neuen story aufgaben kommen um 15 uhr leute vielleicht kommen ja heute noch mal neue skins vielleicht kommen auch heute keine mehr wer weiß es das neue jewel skin gefällt mir mega ich habe mir den instant geholt heute der gefällt mir so nice leute 4 euro paket ist das er kriegt noch mal 600 bucks und diesen skin hier plus rucksack und spitzhacke mega leute holt euch das auf jeden fall ab und spiel das update ist mega cool und dann sehen wir uns dann einfach morgen wieder leute weil es gibt jetzt nichts neues oder sowas jetzt sagen könnte oder zeigen könnte außer diese wie gesagt die super stile die es hier halt gibt die mir von jens gelang nicht gefallen außer diesen einzigen aria haben sie leider eine area oder wie sie es haben sie leider nicht genommen aber sonst gefällt mir das ja auch mega leute genau und dann sehen wir uns einfach die tage mal luther leute weil es gibt nichts außer heute 15 uhr vielleicht nochmal aber das schaffe ich dann zeitlich nicht weil ich habe heute noch ein paar termine und ich wollte euch ja das update nochmal zeigen wenn es online kommt ich hoffe euch hat das video gefallen lasst like da abonniert wenn es nicht getan hat aktiviert die glocke sich haben wir das video verpasst schauen wir schauen dass wir in den sinne haut drin bis dann und ciao warte leute und ciao leute